So meine Freunde, damit herzlich willkommen zum kleinen Pack-Duell. Nilo gegen Lukas, gegen Anna gegen Sophie, jeder ein Pack und der Verlierer muss einen Shiny Pikachu abgeben. Anna gibt was anderes an, weil sie keins hat. Und ja, kriegt der Beste. Wenn Sophie verliert, schneiden wir einem Pikachu in den Kopf. Wenn Sophie gewinnt, dann machen wir das wieder ganz. Nein, ich weiß es nicht. War nicht ganz durchstarrt. Kriegt ihr ein neues Cushion Team? Ne, pass auf, wir haben sogar noch ein Pack. Dann Community. Nilo, Anna, Lukas, Sophie, Community. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr ein Pack beim nächsten Boxpack. Dann kriegt ihr ein Steigen. Wenn ich es geschnitten habe, war so Silvester 2037. So, wer will anfangen? Ich. Okay, Nilo fängt an. Komm. Es gibt nicht ein Buch, man weiß nicht. Bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob bei dem Display noch die Secret Rare fehlt. Ja, ich glaube, ja. Könnte. Hast du mir doch gesagt, oder? Ich, ja, bin mir nicht immer sicher, wie was zählt. Komm, ich stehe sogar dafür. Ich stehe dafür. Ansonsten, ich würde mich einfach nur mal... Na, ja, freuen. Ich würde mich freuen. So, wenn du einen krassen Hütter hast, komm dir jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nein, aber jetzt, komm, bitte, bitte, bitte. Second Chance. Ich wette nie. Ich wette nicht. Ja, weil wettest du das Video, wo du gewonnen hättest, wettest du nicht. So. Ja, aber immer das gleiche. Mause zahlst. Ey, du Scheide. Das ist weg. Du bist morgen dein erstes Schein hier abholen. Das weißt du noch nicht. Wenn Anna jetzt auch hin ist. Du hast die andere Wette verloren, Digga. Ah, ja, ja, ja. Okay, das stimmt. So, Annas erstes und letztes Peck. Was meinst du, Mause zahlst du da drin? Ne? Mehr etwas. Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob in der Display noch dran ist. Aber es war ein sehr schlechtes Display. So wie der Fokus. Bin ich jetzt sogar der Fokus vielleicht da? Arbeit wird ja geil. Danke. Gruselig. Ich habe die Entfälligkeit von der Maus geändert. Ich habe Angst. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Da ist irgendwo ein Seitenknopf. So. Fokus da. Fokus. Na, lass Peck. Ne, ich kann halt schon reichen. Sophie, wer ist das? Du hast nicht welche, aber... ...und nicht tierfreundlich. Ganz kurz, die Community spielt bei der Wette nicht mit. Also die kriegen was, wenn ihr das krasseste haben, aber dann zählt die Schein die Wette trotzdem. Oder uns? Mhm. Das ist unfair. Verdammt. So, hat Anna was? Wenn, dann kommt der Hatt jetzt. Leider nein. Und? Second Chance. Okay. Nein. Es ist okay. Ich habe, also, wie machen wir das jetzt? Das macht der schnick 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 schnick. Nein, das ist nix. Scheiß, das ist nix. Dann gucke ich den Kartmarktgepreis von eurem beiden Holust. Boah, jetzt geht der nicht mehr. Ja, okay, okay, ich hole kurz n' anderen Kartmarktgepreis. Und nur 2 Cent. So, MilePay. Wieso bekomme ich denn der Vieh? Oh, man kann die Kappe. Richtige Frage ist, ob ich meinen Pikachu kenne. Komm, die iX reicht. Aber für's Disney wäre gut, wenn da auch was kommt, oder? Bitte fahrt ich mir erst. Da ist was, oder? Natürlich ist, nee. Natürlich ist da nix was. Ja, keiner muss was abdrücken. Sophie zieht uns jetzt alle ab. Ja, wenn Sophie jetzt was zieht, kriegt die neue Spikaccio-Busche dir. Nee, ein Pummel-Lof. Ein Pummel-Lof? Ja. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Aber ein kleines. Ja, ja, habe ich bei Talia. So klein. Sonst habe ich keinen Platz mehr im Bett mit. Nee, bei Talia hat die wirklich so, so handgroß. Ja. Ja. Wie teuer? Hm, 17 oder so. Was? In der Hand. Beim Möller gibt's Fluffel-Lof. 35. Nö. Pummel-Lof, das sagt sie jetzt. Bum-Bum. Bum-Bum-Eis. So, hat Sophie nen Hit. I guess it is it. Jetzt die Chance. Alter, war das ein Scheiß-Display. War das alles? Ja. Belastbar. Vor allem weiß ich nicht, was davon die Secret wäre. Aber wir haben keine Goldkarte getan. Wenn das das Scheiß-Auto ist für 3,99 Euro, dann heul ich. Dann heul ich wirklich. So, letztes Booster. Das ist aber aus einer ETB. Also es hat nichts mit dem Display zu tun. Da war unser Display gottlos schlecht. Wirklich gottlos schlecht. Kann sein, dass Frau Tegern kann. Kann aber. Alter. Alle ziehen Gold alt. Also sonst und so geht's ihnen auch schon. Ist das für die Boots? So, kriegt zurück. Nee, Community. Kriegt ihr ein Pack. Beim nächsten Opening. Ja, safe. Ja, safe. Ja, was für ein Pack. Da hole ich dann. Da muss man schauen. Flamingo. So, und. Das ist der Part von Robin, den kein Spaß war. Wenn man gerade mal umgerechnet hat, dass das einfach 20 Euro sind und nichts, kein Gegenwert hat. Ja, da kriegt keiner, was wir sind alles verlieren. Merkt euch, das ist ein elektronische Festival daraus. Robin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.